Der Anlass, im Ausland das machen zu lassen, war eigentlich der, ich habe mir Alternativangebote in Deutschland reingeholt und von den Kosten her waren die mir eigentlich etwas zu hoch. Und deshalb bin ich auf Bulgarien, also auf Denterprall gestoßen, weil mich das überzeugt hat und weil es hier eine kompetente Behandlung gibt und weil alles umfassend ist bei Denterprall. Vielen Dank.